so dann der bastelzeit und heute gucken wir mal wieder ein bisschen was zum schalten an wenn wir 230 volt zumindest schalten wollen da haben wir ja schon ein paar sachen gesehen unter anderem halt hier diese dinger zum beispiel der sonoff basic ja im prinzip ist das nichts anderes als ein esp 8266 mit einem relais und ein bisschen netzteil das ganze in einem schönen gehäuse und so kann man das dann an klemmen aber es gibt da ein problem und zwar ja es ist geschraubt und je nachdem wie man die aktuellen gesetzlichen regelungen sieht darf man ohne elektrofachkraft zu sein so was nicht anschließen und naja wir sehen ja auch hier hier sind keine prüfzeichen drauf eventuell auch nicht so doll naja ich war am rumsurfen und habe da was anderes gefunden gucken wir doch einfach mal was das ist das ist nämlich sowas hier ich denke inzwischen kennen die meisten leute die dinger das ist ein sogenanntes smart plug also ein zwischenstecker für die steckdose damit haben wir dieses anschließproblem nicht mehr und wenn wir auf die seite gucken jetzt zumindest mal ce und alles mögliche drauf wie gesagt wie üblich das ding kommt aus china also ich würde nicht drauf setzen dass das wirklich so 100 prozent geprüft ist im zweifel also ein bisschen vorsicht walten lassen ja die dinger sind ein bisschen teurer als die sonoff zum beispiel ich glaube der hinten der hat irgendwie so 7 8 euro kosten die günstigen das ding hier kostet um die zehn euro ja ich muss allerdings schon sagen ich bin an diversen stellen auf das ding hier ein bisschen reingefallen denn das ist nicht ganz das was ich eigentlich erwartet habe aber gucken erst mal was wir sehen wir sehen hier free smart apps free apps smart live compatible ios 8 oder android 4 4 mit wifi und app weiter geht's alexa google assistant die model number ist leer ansonsten bis 250 volt bis 10 ampere wobei 16 ampere auch noch als maximum dabei steht okay working temperature bis 60 grad und 2,4 gigahertz klingt eigentlich ja schon mal soweit alles richtig ne gibt es nur ein problem stimmt halt nicht so ganz denn wenn wir oben auf den zettel gucken der hier oben drauf ist da sehen wir ein wörtchen das passt dann nicht mehr mit dem wifi hier steht nämlich zigbee das ding jetzt offensichtlich eine zigbee steckdose und nicht die wifi steckdose die ich eigentlich dachte na gut zigbee geht auch und gucken wir uns trotzdem an ich meine für den preis ist es immer noch eine gute sache und jetzt immer doch hey immerhin es ist schuko also zumindest das ist richtig rausholen dann entsprechend sehen wir wie das hier aufgebaut ist haben wir hinten den stecker die buchse und ja ansonsten nicht viel wenn wir hier mal rund drehen das einzige was wir haben ist auf der seite hier ein kleines löschelchen da ist eine led wahrscheinlich dahinter und einen knopf okay aber sonst noch was in der packung nein ich hätte jetzt eigentlich noch eine anleitung erwartet aber anscheinend hat man sich auch die gespart okay nun gut dann gehen wir direkt mal das risiko ein und besorgen uns hier ein bisschen was an strom dann gucken wir einfach mal was da rauskommt okay hier haben wir ein ding und können wir direkt mal anschließen mit etwas glück funktioniert es dann und geht nicht in flammen auf wo ist unsere lampe da interessanterweise an der seite seltsamer platz dafür aber gut ist der schief drin ich dachte gerade hier der rand wäre schief gut stroman und innen drin leuchtet blau ich weiß nicht ob man es erkennen kann da unten da ist etwas was blau leuchtet und ansonsten tut sich da was ja wenn ich drücke geht entsprechend an und aus wirkt sich das auch auf die lampe aus die wir im innen sehen mal gucken ob ich die ein bisschen sichtbar machen kann so ich drücke jetzt mal nein das ding leuchtet anscheinend immer das kann jetzt natürlich auch sein weil das ding gerade noch nicht mit irgendeinem netzwerk verbunden ist kriegen wir denke ich hin machen erstmal den test ob es nicht doch wlan ist nur weil da zigbee draufsteht heißt das ja nix also gucken wir mal ob sich hier irgendwie ein neuer access point breit gemacht hat denn wie gesagt verkauft wurde mir das ding als ist mit wlan und kann strommessung also leistungsmessung in dem sinne und kurzer blick nein keine neuen wlans in der nähe gut dann machen wir das ding mal anders dann gucken wir mal ob das ding zigbee ist zigbee 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 lasst mal gerade mir hier ein gateway holen ich mache das ganze über zigbee to mqtt okay dann schauen wir mal ob wir hier zigbee technisch was hinkriegen die lampe leuchtet noch hier unten und ich drücke jetzt mal den knopf und halte ihn sowieso fünf sekunden gedrückt das hilft bei den meisten und okay er blinkt das ist schon mal anfang findet da auch was ja er hat aufgehört zu blinken ich sehe aber auch kein gerät bei mir okay ich gehe mal ein bisschen näher ran an meinen entsprechenden empfänger mal gucken ob das hilft oder andersrum wir holen einfach mal den zigbee stick hier hin oder einen zigbee stick so den hier wieder an jetzt leuchtet er nicht mehr okay anscheinend meinte also er wäre irgendwo in verbunden aber versuchen es noch mal wir drücken und okay da blinkt was und da haben wir was interview successfully configured okay was haben wir denn schönes wir haben ja ein smart plug without power monitoring so viel zum thema ich kann den strom gucken aber wenn ich jetzt hier drücke er merkt dass es angeht er merkt dass es ausgeht wir sehen den state wir sind die link quality natürlich jetzt ideal hier naja ideal für so eine kleine mini antenne hier und können wir das ding auch steuern erst mal gerade gucken das ist e 264 a nehmen wir das gerät hier und wenn wir jetzt hier gucken achtet mal ja gut man kann nicht viel sehen ihr müsst mir dann einfach glauben ich mache mal gerade das mikrofon da dran und und okay ich denke es war zu hören ich kann vom pc also das ding jetzt einen ausschalten ansonsten ja viel haben wir halt nicht haben einfach nur die link quality den power outage memory wo wir sagen können wenn wir das ding einstecken soll er direkt einschalten soll aus bleiben oder soll er den letzten zustand an dem dem er beim ausstecken hatte und halt die möglichkeit einen auszuschalten mehr ist halt nichts zu sagen modellnummer im übrigen dann ts0111f ok nehmen wir so zur kenntnis auch wenn es halt leider 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 ohne monitoring ist ohne wifi was wir gerade noch gucken können das ding ist ja zigbee wie identifiziert sich das denn und das ist das was ich gesucht habe hier haben wir noch mal die adresse und type ist router nicht anti-vice das heißt also der hier leitet sein signal auch dann entsprechend weiter und vergrößert quasi das netzwerk dadurch dass er ja netzteil intern hat und die ganze zeit am strom hängt ist das natürlich an der stelle wahrscheinlich gewünscht ok fehlt noch eins ich glaube wir werden es natürlich jetzt einmal zerlegen sollte klar sein so das ganze sieht leider hatte den schon mal versucht aufzumachen sieht ein bisschen seltsam aus aber das ding ist leider geklebt wie es aussieht ich glaube da muss ich dann doch mal mit dem schraubstock anrücken ok also wirklich nur geklebt das meiste vom gehäuse ist dann relativ frei ohne alles hier drin haben wir erstmal nicht viel das einzige was wir hier sehen außer jede menge kleberresten ist ein fusible resistor wahrscheinlich also ein widerstand der dient gleichzeitig als anlaufstrom begrenzung kann aber auch im zweifelsfall aufgehen das heißt also bei einer überlast brennt der absichtlich durch und fungiert dann quasi wie eine sicherung ein paar elkos eine schwule ein relais der knopf und unser wlan modul pardon zigbee modul wichtig wenn wir jetzt hier mal gucken das relais ist ein ql relay jzc 11 fh 5 volt spannung und 18 ampere bis 277 volt oder 20 ampere bei 250 volt okay dafür dass man das ding nur 10 ampere rated ist das zumindest von der aufschrift vom relais okay es ist sogar ein ru siegel drauf und ein könnte tüv sein also eventuell sogar ein gutes relais am ende wird aber die spannungs das spannungs limit ohnehin eher davon kommen dass wir hier über entsprechende traces gehen und das dann da limitiert was mich so ein bisschen tatsächlich wundert ist dass wir keinen kondensator keinen großen hier haben ich hätte jetzt eigentlich ein kondensator netzteil erwartet aber gut lassen wir uns mal überraschen das funk modul ist ein z2s2 ist nicht viel drauf ansonsten wir haben eine integrierte antenne das heißt also auf der seite gegenüber von dem knopf ist die wlan antenne ich verwechsel es jedes mal falls das irgendwie relevant ist gut machen wir das ding mal raus denn auf der anderen seite dürfte auf jeden fall noch irgendwas sein ich sehe auf jeden fall schon mal ICs müsste mindestens ja irgendwas in richtung netzteil sein eventuell sogar noch freie stellen für die strommessung das wäre natürlich ganz toll aber ich habe die befürchtung so viel glück werden wir nicht haben dass die einfach nur software technisch aus ist oder was nicht bestückt ist oder so mal gucken also kriegen wir es überhaupt raus das sieht nicht so aus dann müssen wir tatsächlich wohl hier die dinger erst auslöten das ist jetzt nervig tja ok auslöten das ist was haben wir denn hier eigentlich L in L out neutral ist dann wahrscheinlich durch verbunden oder das hier ist neutral ja dann muss das da eigentlich neutral sein ok ja lötkolben wie das ok und ich habe die befürchtung mit meiner standardspitze hier komme ich da nicht weit glücklicherweise habe ich den biekeboy hier nehme ich hier zum beispiel eine d4 die müsste relativ groß sein wir sehen halt wenn wir mal daneben halten das ist natürlich eine deutlich größere fläche die wir nutzen können um entsprechend da die hitze rein zu kriegen das ist dann der vorteil wenn man mehrere Lötspitzen hat ab und zu so erstmal anmachen dann haben wir drei stück die wir gleichzeitig auslöten müssen ein bisschen zusätzliches Lot wäre wahrscheinlich sinnvoll machen wir erstmal ein bisschen frisches Lötchen hier drauf erstmal weil dann der Fluss von der Spitze da rein in die Lötstelle besser wird aber auch weil je nachdem was für ein Lot da verwendet wurde das Lot was ich jetzt aufbringe bessere Flusseigenschaften hat andere Zusammensetzung gegebenenfalls eventuell auch durchs Flussmittel besser kommt jetzt muss ich es nur irgendwie da raushebeln wie können wir das denn am besten machen dann probieren wir es einfach mal mit dem guten alten Schraubendreher mehr Hände braucht das Land im Übrigen falls ihr es nicht gesehen habt das Ding hat tatsächlich die böse 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 Kindersicherung drin die jedes Mal fehlschlägt wenn man irgendwie einen Stecker hat der nicht hundertprozentig ist ich kann mit denen irgendwie nicht wirklich viel anfangen insbesondere weil ich auch als Kind kein Problem damit hatte eine Kindersicherung entsprechend zu überlisten da sind wir doch ok was haben wir denn schönes ne und wir haben tatsächlich ICs aber die nicht bestückt sind von der Oberseite was mir gerade noch hier aufgefallen ist ist das hier das ist offensichtlich LED plus Vorwiderstand die sitzen hier entsprechend in der Mitte auf der anderen Seite haben wir dann hier entsprechend den ganzen Geraffel das ganze Geraffel wir haben den Schalter ok das ist denke ich klar und hier ICs und die sind sogar beschriftet hier haben wir offensichtlich den Vollbrückengleichrichter also den Full Bridge Rectifier der ja tatsächlich einmal von hier dem dem wahrscheinlichen N bekommt und die andere Seite kommt von L in das kommt ja hin durch diesen Fusible Resistor und entsprechend auf die Rückseite wird gleichgerichtet hat dann hier einen Kondensator das ist dann also direkt am Netz das hat der 4,7 µF bei 400 Volt ok kein Entladewiderstand ups ist da noch Strom drauf? nö ist nix drauf ok all safe was haben wir dahinter das wird wahrscheinlich irgendein Netzteilchip sein hm 6 l r f 1 k p 32 10 b s g ok man sieht auf jeden Fall auf der Eingangsseite sind alle Pins aneinander gereiht also sie sind alle miteinander verbunden auf der Ausgangsseite not so much da haben wir einen der geht hier hinten rüber einen hier hin einen hier hin einen hier hin ok Dioden und entsprechend Spule und Dings also das hier ist ein Schaltregler IC der wahrscheinlich dann 5 Volt erzeugt jedenfalls danach zu urteilen dass das Relais ja 5 Volt hat und äh ja was haben wir noch das Relais selber das ist hier an dem L innen dran anderer Pol geht hier hinten lang uh relativ dicht am Schalter zu L out das ist der hier und äh ja es ist immer in Oberseite und Unterseite da hat man wenigstens ein bisschen drauf geachtet aber es ist halt wirklich nur dieses Trace wo der gesamte Strom dann drüber geht relativ lang und das ist wahrscheinlich unser 10 Ampere Limit dann auch was haben wir sonst noch so äh wir kommen dann irgendwie wieder hier hinten hin wahrscheinlich da haben wir ein AMS 1117 3,3 also ein 3,3 Volt Linearregler das ist natürlich dann wahrscheinlich für den hier der wird dann wahrscheinlich mit 3,3 Volt laufen das ja ist interessant auch wieder dass man kein 5 Volt Modul gefunden hat musste man hier ein zusätzliches Teil reinkriegen aber sind wir ehrlich so ein 3,3 Volt Regler kostet auch nichts und ja sonst haben wir eigentlich nichts hier das ist die ganze Sache da haben wir hier irgendwas die gehen hier rüber die gehen da rüber ja U4 U5 ich hätte eigentlich fast gesagt dass das zur Strommessung ist aber ich sehe nichts was irgendwie Sinn machen würde für eine Strommessung dann müsste man ja eigentlich hier hinten rüber gehen müsste hier noch ein Schand haben eventuell von hier dem Widerstand abgreifen aber das sehe ich hier nirgendwo nö also ich lege mich mal fest dass das wahrscheinlich nicht für Strommessung ist sondern eventuell eine Alternativbestückung statt dem Modul naja klar das könnte sein dass das für die WLAN Version ist hm so oder so äh ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht dass man hier irgendwie ähm dieses Monitoring Feature für Energiemessung sinnvoll nachrüsten könnte falls ihr euch jetzt fragt wieso ich noch nichts gesagt habe bezüglich Sicherheit vom Netzteil und so ja das Netzteil ist wahrscheinlich nicht isoliert wir haben ja kein Trafo oder irgendwas sondern einfach nur eine Spule aber naja das Ding sitzt in einem Plastikgehäuse da kann man eh nichts anfassen jedenfalls sollte man das nicht wir haben ja nur den Button hier wir haben die LED die wahrscheinlich ja ist noch nicht mal eine LED wofür ist denn das Ding eigentlich hm keine Ahnung wofür der Punkt ist da ist auf jeden Fall nichts dahinter ähm ja und ansonsten von außen anfassbar sind halt die hier normalerweise nicht weil die sind ja in der Steckdose das heißt es bleiben nur die beiden Erdkontakte und die sind Erde von daher ob das hier isoliert ist oder nicht ist in dem Fall vollkommen egal weil es nichts gibt was irgendwie anfassbar ist keine Kabel die nach draußen führen oder ähnliches und deswegen ist das hier relativ unkritisch das einzig kritische ist halt wie gesagt das Relais plus die entsprechende Stromfähigkeit von den Traces hier die das ganze dann limitiert wenn die natürlich zu dünn sind dann kann das Ding heiß laufen kann natürlich auch zu Problemen führen ähm ich überlege jetzt gerade können wir das dann können wir es im offenen Zustand auch gucken äh wichtig wie üblich you know the drill do not try this at home also bauen wir das Ding erstmal wieder hier zusammen okay you know the drill bitte nicht nachmachen Strom kann tödlich sein und hier sind 230 Volt drauf das ist eine Menge Strom oder Spannung aber machen wir mal Strom drauf gucken ob es in den Rauch aufgeht und sieht nach nein aus ich versuche mal per Zigbee zu schalten ja er schaltet überraschenderweise nicht viel zu sehen also holen wir mal etwas was uns Dinge sichtbar machen kann so Strom wieder an und jetzt müssten wir ja eigentlich auch Netzspannung sehen achtet mal aufs Multimeter und Line in ist 240 Volt und Line out ist 0 Volt was für eine Überraschung dann versuchen wir das Ding mal einzuschalten mal gucken ob das klappt was ist hier dran hier ist eine 60 Watt äh Kleinpunktheizung dran jo Heizung hell und Überraschung was haben wir jetzt am Ausgang äh 238 8 238 9 zu 238 9 also zumindest mal kein unglaublich großer Spannungsabfall den wir hier sehen also zumindest mal keine groben Schnitzer wie es aussieht schnell Strom wieder aus nicht dass wir irgendwo aus Versehen dran packen und dann können wir das ganze hier auch wieder demontieren fein und spielen wir noch eine kleine Runde was sagt denn der Strom das heißt also wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus wichtig das hier ist jetzt Ampere das heißt also Blindleistung ist mit dabei also eventuell nicht 100% genau aber das beste was ich halt aktuell machen kann wir sind jetzt hier auf der 2 Ampere Range gucken jetzt nur diesen Sonoff hier diesen Basic und wir sehen hier dauert einen kleinen Moment pendelt sich so bei 3 Milliampere ein kann aber warten bis das verbunden ist verbunden 3 Milliampere Standby Strom wenn wir das Relais einschalten gehen wir dann habe ich gesagt auf 5 bis 6 Milliampere hoch ok ich glaube wir sind hier sehr knapp am Rand der Messgenauigkeit klemmen wir mal den hier an was der sagt und nahe 0 würde ich sagen und das ist auch in etwa das was ich irgendwie erwartet habe dass das ZigBit Zeug sehr energieeffizient ist ich meine die Dinger können teilweise ja ein Jahr zwei Jahre auf Akku laufen wenn man entsprechend die Dinger mit Batteriebetrieb holt von daher nicht ungewöhnlich dass die Dinger im Standby wenig Strom verbrauchen wenn wir jetzt einschalten werden wir wahrscheinlich was sehen weil das Geläh was Strom braucht und hey Überraschung 2 Milliampere ja also ich würde mal sagen das ist auf jeden Fall akzeptabel was da an Werten jetzt erstmal sichtbar ist wie gesagt schöner messen kann ich nicht ich könnte jetzt so einen Zwischenstecker holen aber ganz ehrlich bei so geringen Stromwerten hier bei so geringen Leistungen sind die ohnehin nicht sinnvoll benutzbar da ist dann die Ungenauigkeit zu hoch aber von den Werten her würde ich sagen dass hier so ein Zwischenstecker weniger Strom braucht als hier so ein Zwischending ja also was soll ich von dem Ding halten ich würde mal sagen prinzipiell ist auf jeden Fall mal kein grober Schnitzer zu erkennen jedenfalls habe ich gerade keinen gesehen wenn es doch einen gibt und ihr den gesehen habt bitte unten in die Kommentare also wir haben auf jeden Fall hier das Modul das ist okay das Relais sieht auf den ersten Blick zumindest okay aus wir haben keine Messwerte gesehen die irgendwie seltsam aussehen ich habe jetzt auch im Betrieb nicht gemerkt dass irgendwas sonderlich warm wird hat zwar jetzt leider meine Wärmebildkamera nicht da aber sieht bisher alles okay aus auch von den Traces hier an der geringsten Stelle haben wir drei Millimeter drei Millimeter oben drei Millimeter unten sind wir bei sechs das müsste für 10 Ampere ja ist nicht schön wird ein bisschen warm wahrscheinlich ich hätte es ein bisschen geringer geratet oder was die Leiterbahn etwas breiter gemacht aber ist denke ich okay das einzige was man halt ankreiden kann sind teilweise wirklich die Abstände hier wir gucken wir haben hier ja unser Trace was direkt von L-In kommt und das ist hier relativ dicht neben dem Trace hier was die Versorgungsspannung ist kann gegebenenfalls ein bisschen knapp sein also da wäre mehr wahrscheinlich sinnvoll gewesen aber am Ende wird wahrscheinlich noch reichen und gerade kleiner Nachtrag noch was mir nämlich im Nachhinein noch aufgefallen ist eins fehlt hier aber nämlich alles mögliche was irgendwie mit dem Schutz des Ausgangs zu tun hat wir wissen ja angeblich sollen das 10 Ampere sein bis zu 16 Stern vom Relais her passt ja auch aber wir wissen auch das wird wahrscheinlich ein bisschen warm aber was es nicht gibt naja das Trace geht direkt zum Relais und vom Relais wieder zurück das heißt es gibt keine Sicherung es gibt jedenfalls habe ich nichts in die Richtung gesehen irgendwas Einrichtung Temperatursensor das heißt also hier ist wirklich einfach nur darauf vertraut dass schon irgendwie die Sicherung davor dafür sorgt dass das Ding richtig läuft es ist meines Wissens nicht verpflichtend sowas zu haben aber es wäre auf jeden Fall eine Sache gewesen wo ich mich wohler fühle wenn da wirklich nochmal eine zusätzliche Sicherung ist die dann ein Auge drauf hält was denn da im Ausgang los ist und gegebenenfalls abschalten kann haben wir hier leider nicht ja ansonsten es sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus man muss sich aber auch im Klaren sein ich habe es ja eben schon gesagt wie sicher die Dinger am Ende wirklich sind ist dann immer so ein bisschen fraglich denn ja wir haben zwar auf der Packung wo auch immer sie jetzt ist hier unsere schöne Parade an irgendwelchen Zeichen aber auf dem Ding selber steht halt absolut nichts drauf und normalerweise hätte ich hier mindestens mal eine Typennummer oder irgendwie das CE-Zeichen erwartet von daher ich bin mir da nicht so sicher ob hier die Zeichen wirklich stimmen oder ehrlich gesagt ich zweifle sogar eher daran nur gut prinzipiell aber wir haben gesehen man kann es einstecken man kann es einschalten man kann ausschalten und auch wenn der Händler mich halt übers Ohr gehauen hat dadurch dass es nicht WiFi ist und auch nicht die Messfunktion hat die halt gerade für mich da interessant war weil hey 10 Euro für ein Ding was mit messen kann ist auf jeden Fall nicht schlecht ist es auf jeden Fall erstmal in der Kategorie dass es das tut was es soll ist au faszend war dass es sich ein bisschen hat ist noch mal man wird nicht weiß